Ich habe mich! Ich habe mich! Ich habe mich! ist doch die gleiche war leute hier brauchst du mal echt viele granaten mann 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 nachlagen für ihr ja 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 da ja gut fand ich mal munition ok sehr schön gehen wir mal hier runter kleiner versteckte raum hier boop boop so mal nachladen wo's ok ach scheiße ne aber habe ich noch aber auch mal nach laden auch voll dann haben wir noch die einzelne hier oben macht das okay wir sind fertig scheiß dieser kackroboter da oben ja lauf nee das habe ich mir jetzt noch nicht auf hier kommt doch immer sonnen das war knapp ich auch komm doch mal raus jetzt habe ich aber die faxen dicke ganz ehrlich jetzt besser 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 von der messer sammler hier bei uns da oben auf diesem dachboden da so viele menschen hatten aber auch noch nicht kein aber das sind ja wieder aufladen Die ist gleich leer. Scheiße. Mist. Äh. Kaka. Kaka. So, ich lass dir das erstmal hier liegen. Dazu die mal da hinlegen. Ach, so funktioniert das. Nö, mal guck, wo man die aufs. Mist, Sau. Mist. Entschuldigung. So, ich darf mich hilfen. haben was geil und sonst hat man echt probleme erreicht einmal tesla granate und schon haben wir neue waffe scharfschutzgewehr lasagewehr ich glaube ich muss so rum jetzt schaut doch mal die füße still ich war dieser typ ich krieg die krise alter ich mache extra langsam und heftig ja geht doch rüstungsverbesserung wow opposition geil rüstungsverbesserung hört sich ja jetzt haben wir den riesen ok munition check läuft check und war da noch ein bisschen was wo war ok da kommen wir nicht dran hier war noch was zum einsammeln denke ich mir aber munition können wir doch ja da das und jawohl was ist das denn ich habe immer so ein trick auf meinem maus aber das mit dem rutschen und dann das ist schon ein bisschen tricky da da brauchen wir schon mal noch so ein ich sag jetzt mal einen zweiten finger das ist munition danke dir die brauchen wir leider nicht du bist ja leer man weiß auch nicht wo man dich aufladen soll hier unten war auch nirgends wo so eine ne von da sind wir gekommen zum aufladen ist hier leider nicht mit dem ding ein paar mal drauf geknallt bis der kopf runter war und dann will man den granaten schmeißen dann ballert man noch ein paar mal drauf und dann ging es dann schrotte das überall blinkt das hier oh man scheiße tür ist zu okay schade ne brauchen wir nicht da mal 100 von das ist das für den nächsten blästgewitsch der hier vorbeikommt lassen wir das hier übrig so ja gucken wir mal auf m was unsere karte sagt wir müssen ach vorne an das tor da ist auch ein fragezeichen ok dann sehen wir uns da mal um das war auf jeden fall hier da bin ich mir sehr sicher wir sind schon zu weit gelaufen das ist unten treppe runter ja ja wir treppen runter jetzt muss ich erst hier laden damit ich da vorne die treppe runter laufen kann ach das goldene kraft ja du hast ne du hast ne so was haben wir ach hier müssen wir genau mit ich denn hier allen was ist das denn für ein laden ja ich denke wo 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 okay go Okay, 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 ja Oh man, heftig, eine riesengeile Erdkugel ist das, ey, boah, heftig geil, okay, cool, 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 so, E zu drücken für fortfahren, machen wir noch, so, ja, warte mal, achso, das war das Tor, wo es weitergeht, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Wolfenschein Senior Order wieder, das war euer Virus, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao mit V